Moin Leute, was geht? Mein Name ist OJ YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu meinem 500. Video. Danke, danke, danke. Habt ihr schon gesehen? Heute habe ich den edlen Gameplayspender Clem73, Captain am Start, auf der Map Hijacket, auf dem Spielmodus Herrschaft spielen wir wieder, mein Lieblingsmodus, mit der Vector Kyo spielen wir heute. Und jetzt denkt sich ein YouTuber bestimmt, warum kommt denn heute nicht das Real-Life-Video? Ich meine den YouTuber Bisa-Fun-Clan. Lieber Bisa-Fun-Clan, ich weiß, dass du dieses Video siehst. Erstmal grüße ich deinen kompletten Bisa-Fun-Clan auf der Xbox 360. Und das Real-Life-Video kann ich jetzt zur Zeit noch nicht machen, aus einem ganz einfachen Grund, da ich ja mein Handy noch bei der Handyversicherung habe. Handy kaputt, kein Real-Life, sorry, aber egal. Dafür habe ich gedacht, ich mache heute mal ein richtig geiles Dankeschön und einfach mal ein bisschen so philosophieren über die ganze Scheiße, die wir bisher erlebt haben. Damals fing ich an mit YouTube. Ich war noch ein kleiner Fisch in der Landschaft, hatte mein kleines Geo-Handy in der Hand, drei Megapixel, und filmte dort ein Video namens Kronk von Minecraft. Spielt auf der Sony Playstation 3. Der Tiefpunkt meiner Karriere. Oder Karriere, was erzähl ich da, mein Mist. Auf jeden Fall, dieses Video ist scheiße. Gebe ich absolut recht, ihr müsst das gar nicht liken, weil ihr mich abonniert habt. Dieses Video ist einfach scheiße, aber, ähm, äh, gut, die Parodie ist überhaupt nicht angekommen. Ich denke, das hat aber auch etwas mit dem Namen zu tun. Der junge Zocker. Man liest es, ähm, jung, Zocker, äh, kleines Kind, äh, keine Ahnung. Damals war ich auch noch jünger, war ich auch noch jung, und, ähm, heute bin ich natürlich 20 Jahre alt. 20 bin ich? Koch. Ausbildung mache ich so und bin einfach reifer geworden, muss man ganz klar sagen. Und selbstbewusster. Auf jeden Fall, ähm, äh, äh, entwickelt sich das alles weiter. Ich hab dann irgendwann mal ein neues Handy gehabt mit 4 Megapixel, filmte dann immer Let's Blaze, hab immer so geredet. Mein Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Perfekt. Perfekt. Da haben wir das Wort schon. Und, äh, ich hab mich ein bisschen verguckt, so, ähm, so diesem Hamburger C4-Tiger-Scheiß, hab ich damals gesuchtet, bis ich dann gemerkt habe, dass dieser ganze Clan völlig beschissen ist und nur am Campen ist. Dann hab ich irgendwann mal dann die Elgardo gekauft. Elgardo Game Capture HD für 160 Euro bei Amazon. Und da fing das alles an. Damals noch mit 420p, dann 720p und heute mit 1080p. Und, ja, da fing das auch alles an mit den Abonnenten und so. Und ich hab mich damals vielleicht auch ein bisschen verstellt, muss ich sagen. Ich hab mich nicht wirklich gegeben, wie ich bin. Das werde, den mach ich heute, äh, natürlich nicht mehr. Heute mach ich einfach, so wie ich Lust habe und so wie ich jetzt denke, mach ich mein Video. Ich will mich einfach nochmal bedanken, was ihr auch mein Defizit, äh, schätzt, den ich habe, äh, den ich wirklich habe. Äh, gut, manche verstehen es nicht, äh, und sehen mich als behindert oder als asozial an, ähm, weil ich einfach meine Meinung sehr stark offenlege. Zum Beispiel beim Brembo-Video, ich sag halt einfach, was ich denke. Obwohl ich damit Diesel-X kassiere. Das ist mir schon klar, ich weiß. Aber, äh, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch. Ich bin einfach ehrlich, dass so und so von zu Hause aus so immer die Wahrheit sagen. Und ich denke einfach, die Wahrheit ist immer das Beste. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, um Rassismus. Da, da hab ich auch keine Angst davor, dieses Thema anzusprechen, Rassismus. Weil es einfach auch die Playstation 3, Xbox 360 und PC, äh, auch, äh, es betrifft einfach alle. Auch YouTube ist inzwischen von Nazis verseucht. Das ist absolut klar. Gebt einfach mal NPD ein, guckt die Kommentare an. Da sieht man heil und was weiß ich und was für rassistischer Scheiß da einfach geboten wird. Richtig, richtig rassistischer Scheiß. Und das ist wirklich, oh, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen abgewandert vom Thema. Ist doch eigentlich ein Abo-Spezial. Vielen Dank, dass ihr mich alle abonniert habt. Ihr seid echt geil. Ich, ich will einfach, ich kann nicht jedem Danke sagen, aber ich weiß jetzt, dass du zuguckst und einfach jetzt Danke. Und ich hab einen kleinen Song vorbereitet. Und ich weiß, ich kann nicht singen, aber hau einfach rein. Hey Mann, ich bin jetzt hier auf dem Map, Mann. Und, ähm, egal. Das war Scheiße. Ähm. Ihr seid einfach die Geilsten. Und ich hoffe auf die nächsten 500 Videos. Sehen wir uns bei Video 1000 wieder, gell? Bei einem neuen Spezial. Und dann, 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 ob ich da überhaupt noch lebe, weiß ich nicht. Hoffentlich. Und jetzt gehen wir mal zum ähnelen Gameplay-Spender. Clam-Captain. Was macht er so? Spielt hier noch ein bisschen mit der Vector-Q rum. Hockt hier noch ein bisschen im Häuschen rum. Und haut die Gegner weg. 85 zu 86. Ein Kill noch. Komm on. 87 zu 87. 87 zu 87. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Unentschieden. Oh, knapp. Ist auch vorbei. Ich sage nur eins. Danke. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Games. Kommt auf der Playstation 3. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich keine Real-Life-Videos gebracht habe. Real-Life-Video gebracht habe. Danke. Ciao.